ARD Text im Auftrag von Funk Ja, die ist mega scheiße ARD Text im Auftrag von Funk Das ist dieses Loch! Oh ne Bist du drin? Sehr gut Roland muss hier irgendwo sein Du schaffst das ganz bestimmt Aber wenn Roland etwas zustößt Sieh zu, dass Roland nicht... Ja, ich hab's auch verstanden Bist du drin? Hey! Ich weiß nicht Das ist nicht nett von dir Alles nachladen, Nico Lass mal durchsneaken Ich hab keinen Cash mehr, hey Ja, lass mal durchsneaken, Nico Ja, machen wir diesmal ne Sneaky Peasy Mission Ja, du halt auf immer direkt reinzurennen Oh, da vorne ist einer Ja, ja Das ist immer natürlich voll das Schild geballert Das ist schon sneaky, oder? 26 Kascha Ey, der schubst mich Sag dir mal, dass er damit aufhören Oh, da hat er gefressen Da hat er auch nicht gefressen Da hat er auch nicht gefressen Ich würde das nicht mal umfüllen Granaten Das ist tot Ich muss Audio doch einen Ticken noch runterstellen Doch einen Ticken noch runterstellen Doch einen Ticken noch Ey, ich hab Team Brainless rappt gut Team Brainless rappt schlecht Eine Million kriegen Hallo? Ist das denn da? Denken wir was dich um die Bloodshots? Sie haben versucht Roland zu erledigen, seit er sie aus Sanctuary vertrieben hat Ach, ich hätt's wissen müssen Julian Ja? Ach, fuck Ich hab' ich vergessen, was ich sagen wollte Hör mal Denk kurz nach Aua Idiot Liegt da Koks? Ah ne Essen Hinter dir ist ne Psycho Oda Hör mal Hör mal Hör mal Mach' mal Hör mal Ich hatte nur ein Radleck Ich hatte nur ein Radleck Hör mal Ja, das war mega laut Ja Du musst die Einstellung nochmal ändern Hör mal Ist das mal Du musst die Einstellung nochmal ändern was geht denn da ab und ich hab's gelandet so ja die schüsse sind also fucking laut kann man nicht granaten darf wenn man tot ist der badest psycho ist tot schaffst du das ja ich schaff's heute läuft es echt nicht so bei mir ne gar nicht hast du wenig nico nico baller den skill gefressen oder was da ist noch einer ich renne mal so könnte man reichlich ich habe es eben zehn millionen schaden verteilt gesamt jeweils auf einschlag ja ja auf einschlag wäre lustiger gewesen so terras ja das meine ich ja weg ist mal alle lebensdinger hier hier direkt geiern ich brauche sie ja nicht ja ich halt schon ich brauche auch wieder raketenwerfer muni ich bin ein entschlossener kampfhund krass was bin ich angelic matriarch und hat zu lesen nico angelic matriarch steht bei dir hat man die ballert sogar richtig gut eigentlich magazine größe effektiv gegen schilde ja komm gönn dir genauigkeit genauigkeit ist sehr viel höher ich habe hier ein zwei gegner ja mach mal ich hätte immer noch 2700 der sniper wenn du willst über 3000 der sniper unterwegs ich verzichte danke dann halt nicht nach was machst du wieder dahinten dass du nicht kannst hat schutz verteilen ja kann ich nämlich dann echt nicht ich mache gar keinen 17.000 ich bin ich auf sniper gespielt auch nicht so wirklich eigentlich ist die sirene auf macht trotzdem wird nicht mehr schaden mit der snipe als ich er ist noch eine ich kann auch headshots machen aber damit ziehen ja 17.000 ich hatte 400 leben die video liegt da vorne ja weiß aber nicht wie viel das war oder sind noch welche das sind noch welche ich bin dort war doch noch einer jetzt nicht mehr wieder da oben ist eine und schild typ auch weg ordentlich daneben getroffen daneben getroffen ja ich habe die hälfte meines geldes verloren noch 200.000 ich habe gar kein geld mehr 1600 und ich dachte du wärst einer von denen jetzt machen können wir mir egal gewesen ich sehe nur leben dazu wenn du sowas in never machen wird das dann das wäre schlimmer hier es ist nicht zu übersehen dass die crimson raiders die hier bekämpft brachiale feuerkraft haben wer hier eine chance gegen sie haben wollt werdet ihr euer arsenal aufstocken müssen ich habe die stimmen lautstärke von leuten lauter gestellt und die schuss lautstärke die leise hier hier die hier die hier 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 wo ist haben wir vielleicht eine chance aufzuhalten ja gestand ich muss noch ein springer bitte ja das kenne ich doch noch komm ich kann ihm ein wenig vor dieses super best wie ich gar nicht klar es ist tot ja spring aber nicht rein ich verarschen der mikro ist irgendwie leiser geworden gerade wenig leise geredet kann natürlich auch sein stehen die denn da oben das ist ein riesengreis noch umgeht was auch oben ist ein boss ich kann ihn nicht mal richtig ganze alter ich kann jetzt wir kurz helfen wo wirst du gehörst du gehörst mir der nomaden ich auch darum steht dann zu den alter keine moni mehr hilfe ich freue mich habe ich gerade wieder ich habe ich gerade selbst wiederbelebt um dich schnell zu wiederbeleben ich bin so pro und ich bin gestorben wir haben schon so sich ziemlich gut ergänzende klassen genommen nein oder geflogen ja jetzt mich da hochlaufen nur runter geflogen nicht in den kreis rein ich bin doch kein sohn Luke wie du ich bin doch kein sohn Luke wie du ich bin doch ein normaler Overlord Maschinen tot ich hab einen Marauder zerfickt ich hab dir mal beim Overlord ich muss doch nachladen ich bin der Schild oh beim nächsten mal verrecken verreck ich sehr schnell muss ich aufpassen 26.000 jetzt gönn ihm gönn ihm richtig ist gleich tot keine Moni mehr äh keine Sniper Moni mehr du kommst durch was du gegen gerannt ich muss aufpassen nicht schon bei dir unten da kommt der Boss an da kommt der Maik an pass auf oh fuck oh ja ich bin tot hmm den badass krieg ich was äh wieder hilfst du mich? ja gut Mad Mike krieg ich auch hmm krieg ich ihn? krieg ich ihn? ja muss grad nachladen ich brauch mehr Granaten alter ja ich brauch ne korrekte Granate mal ja ich lieg dein meine Granaten mods nur noch ja ja bei mir ist halt ich hab halt keine gescheite Granate die ich benutzen kann momentan Achtung warte hier nicht weiter rennen ne ich hab grad nur Waffen aufgenommen hier war nur ne Toilette hast du ne gescheiten Sniper oder ne SMG gefunden? hier ist nur einer spaß willst kurz mal in dein Inventar gucken ob du ne SME im G gefunden hast du ne Schöne wie viel soll die ziehen? mehr als 1005 ne er lebt den Centauri also ist er genau so ein hinterhältiges selbstgefälliges Arschloch wie Roland und seine Raiders ich hab keine SMG ja auf gehts weiter dann also eine macht 600 aber äh bringt dir nicht viel warte ich muss noch kurz ne andere Granate ab in